wenigstens zwei davon da geht wieder das licht aus so da haben wir wieder sachen zum werfen berserker bracelet also das war feite equipment das kann keiner tragen weil jeder der versucht es anzulegen wird es auf dem boden geschmissen ja ich würde gern wissen wie man den weg nach oben öffnet weil wir sind jetzt hier hier war der unterfall bereich und hier sind nur noch andere bereiche also ich nehme an dass da die treppe dann nach da oben geht hier rüber ja das war hier das gebiet hier können wir nicht einfach gras essen und das bringt uns wieder hier hoch genau das problem ist es bringt uns nicht hier rein da müssten wir von da aus kommen und hierfür bräuchten wir halt den anderen teleporter kann ich ja mal markieren hier den shift die taste hatte auch irgendwas achso die hat hier aufgemacht genau da können wir wieder nach oben da geht es glaube ich in ersten stock wieder hoch oder hier können wir nur licht wieder an machen hier können wir in tor ums grab springen auf dem wir zeug haben liegen lassen leere kiste bringt uns nichts und was zu trinken bringt uns auch absolut nichts und ich habe auch leider nichts womit ich wasser in wein verwandeln könnte magic abo habe ich so oft das bringt mir absolut nichts hier war nur die wizard school mit der leeren schatzkiste mit der leeren schatzkiste und hier mit der eisentür müssten wird wahrscheinlich auch durchschiften so das recht sich jetzt nicht dass ich mit dem essen so verschwenderisch war ja hier lebt nichts voll die lüge hier hat was gelebt nämlich jede menge spinnen aber nicht mal hier gibt es was zu essen gut da geht es wieder da lang zurück hier hatten wir unseren nütten kampf mit dem einen ogre der als einziger diese druckplatten bedienen konnte die fallen die brauchen können wir auslassen hier ist auch nichts nützliches mehr drin und den weg hatten wir bereits wow ja gut Tür zu das ist ein großer kristall der heilt uns aber allerdings auch nur ja und da hätten wir immer noch dieses problem hier ich sehe halt nichts wo ich mich hier durch die wand schiften könnte um da hin zu kommen ups jetzt habe ich mich hier irgendwie eingesperrt okay das kann man nur betreten ah danke federfall ist abgelaufen ist auch okay wird wieder dunkel wird wieder dunkel dr Okay. so komme ich zurück ja von wegen ihr war nur die fallen dürfen durch naja an das buch bin ich herangekommen mittlerweile hier war nichts nur eben das tomb also das grab von dem einen und 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 er hilft nichts und hier ist halt der weg zurück sind wir wieder gleich ganz beim anfang don't throw a walk war auch gelogen hier sind wir sicherlich auch schon runter gefallen oder das wird in den selben bereich das war der witz hier was stand da es ist es ist seit dem letzten gest es ist es ist das war yourself by the fire ja der super sarkasmus und ja nach oben kommen wir auch nicht das ist nämlich auch kein schiff auf genau ich habe auch nichts zu beraten oder so so wieder hier zurück da waren wir gerade schon unten so hier durch noch mal heilen ja hier unten war auch nichts hier waren ja nur heilen mit toten und ich glaube nicht dass da in den toten heilen jetzt die pilze nachgewachsen sind hier 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 hier